Kerber hat das Brake transportiert. 2-0. Da ist er nochmal dran. Und der ist schwierig. Und der ist auch noch gut. Hat sie noch die Kraft. Mit letzter Kraft. Da stehen Thorben Belz und Joschi Thron. Da stehen auch einige in der Halle. Da lächelt auch Barbara Rittner wieder. Was für ein Kampfgeist. Alles reingegeben in diese Vorhand. Eine echte Klebe ist das.